Ich bin jetzt nicht im Meistern, sondern kann mal aufhören. Ich bin, als ich mal einen Jurassic Park habe, ich bin noch ganz am Anfang, aber ich habe noch eine Überraschung. Ich habe ja schon viel zusammen in Sachen gekauft, aber das kennen Sie noch nicht. Das ist meine erste Folge, weil, oh, ich bin doch wieder so gut. Aber ihr könnt, wenn ihr mir gerade aufhören könnt, dann, dann, dann bekommen wir die Überraschung. So, ich warte, ich warte bis alle Leute da sind. Ich glaube, ich habe schon gehört, dass der T-Rex aufhören kann. Ich habe ja nicht zu sagen, ich habe ja in dem Koffer. Das erste, ich habe ja in der T-Rex aufhören. So, ich werde euch zeigen. So, ich werde euch zeigen. So, ich werde euch zeigen. Ich werde euch aber nicht zu sagen. Ich habe ja nicht zu sagen, dass ich drei Überraschungen für euch habe. Ich werde euch zeigen. So, ich nehme diese hier, die von diesem Tag, der Nosti. Ich habe hier bei einem Tendier-Straithec-Pack-Film-Types in der Sonnen-Pack. Und so, wie... Wow! So, wie in der Sonnen-Pack-Film-Type, in der Zeit, was das hier, können wir mit Tausend-Empfinger-Film-Type-Film-Type-Film-Type-Film-Type-Film-Type-Film. Es gibt auch Missionen, die wir hier haben. Und da... Und... 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 Ihr seht, dass hier das eine Dino-Plattform hat. Warte... Nein, ich habe vier Überraschungen. Vier, vier. Die erste, wie soll ich schon... Ihr zeigt das ist ein Auto. Jetzt die zweite. Ich habe diese Dinos alle, diese und diese alle. Wenn ihr... Wollt... Nehm ich... Zeige ich euch gerne alle so. Das ist du. Und der kann... Das hier. Er kann... Ja, ich... Ja, ich... Ich habe den da verändert. Das ist ein Rastler. Und der kann noch näher eigentlich. Aber jetzt... Jetzt... Jetzt kommen wir... zu diesem. Das ist ein Spuckgüter. Einer der Spucken. Da ist... Das ist ein Spuckgüter. Oh ja. Und der ganze ... Dämmigt... Weißt... Schubert. Die kleine ... Wir sind da. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Das ist ein Stückchen, wo sie kennen ja, sie können nur etwas, zum Beispiel mehr, jetzt sie können, was ist das. Und sie können, was ist das, das kennen sie nicht, aber das, habe ich selber gemacht. Ich will euch sagen, welcher Dino das ist, der wird später. So, das ist so ein Dino der Mütter. Ach man, dieser blöde Spiel. Oh, dieser blöde Sau, wo ich gerne habe. Hier wäre das. Er hat ja verschwindet. Verschwindet doch eine blöde Seite. Oh, hmmm, sie können, die sind ein Schloss, das ist die jetzt. Das hier ist unsichtbar, kennt ihr ja alle, aber könnt ihr vielleicht mit einem Manees gehen. Das ist ja blöd, der Jaurus geht auch auf die Platte. So, dieses mache ich heute vielleicht alle. Wenn ihr wollt, mehr von Jurassic Park zu sehen, lasst einen Daumen nach oben nach unten. Aber, wie das hier ist? Ich teste jetzt nicht den Wintergenerator. Das ist das Holz, aber das ist das Nerf. Wir sind hier damit beendet. Wenn ihr weitere solche Dinge sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ja. Mann, dieser blöde, sauge Knistern. Endwerfer. Ähm, wird es nicht den Wintergenerator? Das ist ein ganz guter Rennen. Das ist eine Stunde lang Rennen. Wie der Kahn. 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 Wie die Kahn. Okay, ich schupe mal. Okay, ich mach jetzt nur nichts, und da gibt's den hier, da find ich nicht so schlecht. Wenn du dich weißt. So, er kann. Ich hab ihm das noch gemacht, dass es cooler ist. So, ups, falsch, falsch. Ihr kennt ja fast all die. Wenn ihr alle habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr wisst, wie alle Goldflöcke sind, schreibt es in die Kommentare. Ich bin noch nicht so gut im Spiel. Ich kann schwimmen. Das. Und ich kann... Das. Warte. Ich hab noch einen Diener Schlager, den... Hier. Nach dem hier. Ich hab ja nicht... Ey, hört auch nicht an. Dann... Wisst ihr, dass dieser Saug ja... Kimi hat so wenig gekämpft. Wenn du kann... Ich soll schlüstern. Und ich kann... Machen wir so... Wie... 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 Jedes... Bisschen... Wie.. Did's... Wie... 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 So lange, aber das ist ein wenig. Es ist so, hier, da kann ich das, 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 und er kann den coolsten Teil noch länger werden. Findet ihr das cool? Schreibt es auch in die Kommentare. Wenn es cooler ist, wollt ihr euch da ein Video mit diesem Video? Das ist ein bisschen langer, wenn ihr euch da seid. Ihr könnt es nicht mehr sehen. Ja, es ist gut. Danke, danke. Und wenn ihr, weiß ich nicht, was ihr euch hier ein bisschen. Wollt schreibt es auch in die Kommentare. Ja, ich habe ja auch viele YouTube-Videos gesehen. Wartet Leute mal kurz. So, ich bin wieder dran. Ich musste mal kurz was tun. So, der kam. Ja, das ist von dem Dominos. Den seht ihr noch später. Also ich habe mir das anders vorgestellt. Weil, ich habe seit ein paar Tagen gesaugt. So, jetzt sehen wir den Spinosaurus. Den verliebenden Spinosaurus. Der kam. Der saugt. So, und jetzt. Wacht. Kommt so und funktioniert. So, gleich kommen wir zum Kamen. Wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Schreibt in die Kommentare. Das Video dauert noch einen Tag. So, ich habe noch einen Tag. Wie? Papa? Wie? Soll ich nur mal kommen? Leute, das ist meine vierte Freude, aber die Nummer von mir kriegt ihr jetzt später. Wenn ihr eine Tafel habt. Schreibt sie euch auf. Dann könnt ihr für jederzeit anmachen. Ich bin erst nach sechs. Das heißt. Ich bin noch im Joghurt. Sag ich. Und diese Folge ist auch ein bisschen neu. So, ja. Ich bin noch im Joghurt. Aber morgen. Aber morgen. Mache ich noch eine Tafel auf. So. Warte. Ich gehe mal kurz noch in die Kommentare. Gut. Ich bin noch mal. Oh. Wir kommen ja mal. Das hier hören. Komm, kommt. Haltet mir jemand um. So. Jetzt ist so weit. Der Krieg kommt jetzt. Die Zuschauer, die sich drauf gefreut haben, lassen jetzt einen fetten Daumen nach oben da. So, der kommt hier hin. Tut mir leid, ich bin besessen von diesen blöden Liedern. So, jetzt kommt der in Domino. Warte, ja, muss ich so ein bisschen hier. Und dann hier. Ich bin in Domino schon. Hier. Der muss ungefähr hier hin. Und wir kämpfen. Bam. Und das, das. Ich krieg nichts für dich. So, wir kämpfen. Werden wir nicht mehr bei deinem Domino oder aus? Ich hab viel Schaden. Ich wollte nicht und stirb. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Oh! Obwohl... Was verstehst du denn, ich möchte nicht sagen? Ich möchte nicht sagen... Ich möchte nicht sagen... Ich möchte nicht... Oh... Hier... Oh... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Also... Endominus ist stärker... Das kommt jetzt nicht... Das... Das kennt ihr vielleicht... Aber etwas kennt ihr noch nicht... Von hier... Oh... So... 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 Und dieser... Warte... So... Die Überraschung seht ihr... Ihr seht dieser Menschen... So... Ihr seht es... Eins... Zwei... Ich hab... Seht mal... Diese Dinge... Hab ich schon alle... Und ich hab... All... Menschen... So... Ich verwandle mich in den Parkbesitzer... So... Und der hat einen Fallschirm... Und ein anderer... Also... Ich geh jetzt... Was machen... Obwohl ich muss gar nicht dahin... Ich kann mich ja... Teleportieren... So... So... Leute... Ihr seht... Ich hab alle Knochen... Mir fehlt noch ein Foto... Auch ein Dino noch... Und... Einen roten Block... Und... Und... Ein paar... Äh... Level durch... Alle... Leute... Hab ich schon... Goldblock habe ich auch schon fast... Den hab ich... Und... Rennen... Filmen wir auch noch... So... Jetzt gehen wir... Für den Ort... Den euch vielleicht... Am meisten gefällt... Ja... Wir sind alle... So... Und gehen wir rein... So... Wir sind drin... Seht... Die reden... Der redet... Rede mal! Hey! Restez sur vos gardes! D'accord? J'ai une grosse descente! Oh... Et plein de dangereux Prédateurs! Vous savez... Je pense pas que Monsieur Masrani... Voulait poser son Helicopter en bas... Il y a quelque chose... Qui colle pas dans cette histoire! Ja... Den... Den... Der Abgestirte... Ich gerettet worden... Und das bin ich... Obwohl ich hab noch ein Herz... Dann bin ich tot! So... Wer will... Das... Ist euch ein neuer Sauger... Er ist ein Hybrid... Der... Flugsauger... Flugsauger... So... Wenn ich jetzt... Lande... Dann... So... Und wenn ihr seht... Seht... Hier... Er... Kann... So... Er kann in der Luft... Und jetzt... So, ich gehe mal weg und mache jetzt einen anderen und auf den Weg. Der ist so ein kleiner Spatzi-Spatzi. So, wenn wir alle Dinos haben, dann bekommen wir noch da. So. So, wenn ihr etwas habt, was ihr mir sagen wollt und weiß noch, könnt ihr auch. Ich gehe mal auf eine andere Ingel, das könnt ihr vielleicht auch das andere Ingel bieten. Warte, ich habe euch allen Dinos noch nicht gezeigt. Hier habe ich noch nichts für alle. Wir fehlen noch zwei Goldblöcke, aber wir haben jetzt vielleicht noch die Goldblöcke. So, genau. So, wenn wir diese Goldblöcke nicht kriegen, so. So. Das können die meisten Menschen. So. Wer hat Lust auf den schwarzen Loch? Und er kann also unsichtbar machen, kann er nicht, aber dafür ist er mieser. So, ich sammle noch ein paar München. Wer will, wer will, wer will, dass mir alles leisten kann, was im Spiel ist. Ich sammle viel München. Ich sammle viel München. So, ich muss hier irgendwas noch finden. Wenn du bist, weil ich auf weitere Seuche sehe, wird, kann ich in die Kommentare achten. So, ich muss mal hoch. Der nächste ist. Oh, aus dem Wasser kannst du nicht. So, das letzte finde ich ist das. Da ist's. So, ich muss mich sinken, sinken, sinken. Leute, später kommt noch einer hier runter. So, ich verwandle mich jetzt. So, jetzt gehe ich auf eine neue Insel. So, ihr seht hier den, der Erste, den mache ich heute nicht. Der ist meine Lieblingsinsel. Wir sind in der Zone des Claboussments, hier. Den. So, wenn ihr wollt, dann macht mir so eine kleine Kürze. Wollt ihr, dass der Späschkopf der Tag später noch kommt? Helfen in die Kommentare. Ich habe eine neue Inselkontakt. Seht ihr? Das ist der kleine, große Sau. Das Späschkopf. Den habe ich euch ja schon beteiligt. Ist das gut, dass ich das abgesehen bin? Möge dir mich? Treib mich auf, wenn du kommst. Wenn ihr mir schmilzt, einfach knuschen, einen Daumen nach oben und, äh, wartet. Wartet, ich muss noch kurz. Ein Schmalie mit einer schwarzen Brille auch dabei. Seht ihr dir das? Die Zuschauer schmilzt. Wer will, dass ich heute Aliens habe und das Helium will? Hä? Bei Helium mache ich, mache ich ein schuliges Minecraft-Video. Ehrlich, eigentlich, ich möchte euch ein Spiel sagen. Roblox. Das ist mein Lieblingsspiel. Ich spiele es gar nicht, weil ich kann es nicht kaufen. Also, das ist voll umsonst. So. Das Beste kommt aber auch voll. So. So. So, wir sind fast da. Ich muss hier heben. Alles hängt. Übrigens steigt mir hier ein Block gewesen. Halt hier mehr solche, die wir sehen wollen. Oh, hier stinkt. Wir kommen ja nicht durch. Mann, da brauche ich schon. So. Und wo die... Oh. So. So. Der kann ein- Oder ist nicht los? Da gibt's noch nicht gewöhnt, weil ich finde... Dieser ist halt gegar. Ein Hühnchen! Äh! Zwei Hühnchen! Dieser macht ich irgendwann. Das ist doch gerade hier. Das bringt man mit. Du mein, alles. Wenn du kommst, komm mit. Komm mit, komm mit. Es fällt auf. Ich muss hier sehen. Man sieht das Fliegding. Warte, du bist. Ist jemand auf der Karte? Ja. Ich bin hier. Also muss ich über den Fluss. Dann muss ich hier. Oh. Ich sehe einfach. Ich bin es doch hier. Ja. Okay. Ja. 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 Hä. Ist da irgendwie viel. Was. Da. So, jetzt brauche ich ein Auto, das schneller geht. So, ich nehme das, was von diesem Park hier steht. Dieser Mensch wurde von Spooky Dino gemacht. Wartet, ich mache es in der Geschichte. Also, ich bin... Wartet, wo ist dieser Fettsack? Ich finde ihn jetzt. Seht ihr, mein Fettsack, dann sagt man... Wartet. Ah, da. Ist er da? Nein. Ist er da? Ja, das ist er. So, und du führst... Hm, aber ich geh ja schon mal einen Spooky. Nein, ja. Und hier, wo ich stehe, kann ich den Wagen. Na, dann bin ich... Ah, Pfannen. Oh, Pfannen, 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 Pfannen. Ich bin gefahren, Pfannen, Pfannen. Ich bin gefahren, Pfannen. Oh, Pfannen, Pfannen. Oh, Pfannen. Oh, Pfannen, Pfannen. Oh, Pfannen, Pfannen. Oh, Pfannen, Pfannen. Oh, Pfannen, Pfannen. Oh, das geht knapp. Ja, ich bin da, ich bin da. Den ganzen Wagen kann ich noch einstellen. So, ja, ich habe gewisse Scheiß. So, ja, ich habe gewisse Scheiß. So, ich bin hier auf Heiß. So, du führst diese Platte. Und alle Brems. Oh, ich bin da. Wo? Ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da. Oh, 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 ah, ah. Ich bin da. Also, das kann ich nicht. Als ob! Noch ein Foto! Ja! Oh, und ein Goldblock! Stark! So, ich geh jetzt viel runter. Ich geh jetzt runter. Wie konnte ich das immer übersehen? Als ob! Wie viel gibt's denn hier? Ich glaube, er ist drauf. Mistik! Du kannst dein Ding doch nicht! Hier kann's doch nicht! Ach so! Was passiert? Das ist doch dein Ding! Ich ne den Goldblock! Noch! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin da hinten! Ha! Jawohl! So! Ich bin da hinten! Hö! Hö! Da! Gib mir dein Goldblock! Ja! Leute! Ich habe noch Goldblock! Ich habe noch Goldblock! Und das ist nicht schlecht! Das ist nicht schlecht! So! Hoch, hoch! Nein! Den kann ich nicht! Ich mag anbrennen! So! Hm! Ich bin da hinten! Ich bin da hinten! Ich bin da hinten! Nein! Heute nicht! Ihr rennen! Ich mag rennen bei den! Ich bin da hinten! 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 Nicht schlecht! Ich bin da hinten! Ja. Das war. Oh, Mama. Ich hab keine Lust. 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 Blau. Ich hab ihn. Geh mal schauen. Erstmal hier. Wie ist dieser hier? Filmkontor. Da geht's nicht. Man muss. So, mal sehen, was alle im Grand heute machen. Leute, wenn wir mehr von solchen Videos sehen wollen, schreibt sie in die Kommentare. So, wir müssen den Menschen noch machen. Dann drogen wir noch mal rein. indem wir hier ein Teil haben. Was ist das? Was ist das? Da geht's. Oder wenn wir sie? Was sind wir? Da geht's. Da geht's. Was ist das? Ja, ich hab ihn. Aber was ist da? Äh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Funktioniert nicht. Ein Stück drauf. Genau. Hä? Aber sonst? Hä, ich hab ihn nicht. Hä? Hä? Leute, könnt ihr mir das mal erklären, wie das Ding hier funktioniert? Hä? 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 dass er früher nicht gekommen ist. Ja, ich hatte viel zu tun oder so. Leute, die Nummer, sag ich euch in einem Vorspiel. Okay? Wartet. Leute, begrüßt den Russen namens Bero. Hallo, ich bin Bero. Hallo. Er spielt zwar heute leider nicht mit, aber er kann selber spielen. Wartet. Ich gebe ihm mal Bero. Was hast du vor? Was? Du musst mir jetzt was zeigen, was ich nicht gesehen habe. Was ist denn? Ich bin so ein Garten. Was ist auf dem hier? Ja, ich habe heute wiederpackt. Ja, ich bin so ein Garten. 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 Was darfst du mit neuen Charakter rausziehen, also rauskicken? Bitte, ich hab euch noch eines erzählt. Was? Nein, Becky nehm ich nicht. Du kannst halt den Rischen-Shackler nehm ich auch nicht. Was ist denn? Händchen? Gut, es ist meine Waffen-Shackler. Hey, was war das? Vielleicht Spooky? Ja, wer ist denn das? Ja, wer ist denn das? Ja, wer ist denn der Wind? Mann! Ja, das ist ein bisschen schwer. So, was? Ja, ich will nicht zu dem Feld laufen. Ja, ich will nicht mal gut, ich will. Hilfe! 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 Oh, das ist schlaft. Oh, ich kann nicht nur schlaft. Aber Hilfe! Ah! Oh, Qua? Je me retourne 5 secondes et ces petites pestes me traine mon flingue jusque dans un arbre. J'aurais dû signer pour l'autre mission, celle de l'île avec tous les chatons. Leute, ich brauche noch so'n klein bisschen Hilfe. Leute, könnt ihr mir sagen, was ist die? Wo findet man Kante-Dinos? Könnt ihr mir das mal sagen? Oder habt ihr seinen Lieblatt schon, ob ihr das schon mal in die kommt? Könnt ihr aufschreiben? Hallo, könnt ihr mal schreiben? Hallo, könnt ihr mal schreiben? Einmal. Okay. Ich weiß von dir nicht. Ich hab's gesagt, ich kann nicht. Hä? Leute, ich hab mir üben gekriegt, was ich gesagt habe, dass du schnell bauen. Mann, diese Frisch nervt mich. Ich will wieder in die Welt schon fahren. Das ist zwar, ich hab' gesagt, das ist die letzte in die Welt. Aber wenn ich mir was kaufen kann, wünsche ich das Video heute länger. Und länger und länger und länger und länger und länger. Wie viele Leute kosten, dass ich ihnen 3.500, also einen Tipp gebe, wie sie YouTube machen. Weil ich bin jetzt dabei. Ich hab' die 5 schon. Ein Glück. Ich möchte euch dann etwas zusammenfassen. Ich mag Lego, die von Dinos gebaut sind. Und ich hab' Blue. Und ich kann gut sein von Google. So, jetzt gehen wir. Wenn ihr mich überhaupt? Hallo? Hallo? Wenn ihr mich hört? Lasst mich da oben nach oben da im Winter. Also, in den Winter. Mann, ich weiß nicht. Leute. Kennt ihr noch? Kennt ihr ja sehr nur? Könnt ihr mir mal hoppen? Ich hab' den Kopf in Klapper. Ich hab' den Kopf in Klapper. Ich hab' den Kopf in Klapper. Und so, wo man es verkaufen kann, ist mir kein Riesen-Klapper. Aber nicht rein. Oder, wie heißt es, Kopf in Klapper? Ich hab' den Kopf in Klapper. Wissen wir was? Fass, übliche Richtung. Entschuldigung. So, ich geh mal rein. Leute, 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 Leute. So, ich kann ja nichts leben, aber ich kann ja auch. Hab ich, hab ich. Ey, ich versteh nicht. Barry, was willst du denn noch? Ich kann nicht lesen. Und ich weiß nicht, was das mit Sex oder was ist mal. Okay, guck mal. Was? Guck mal. Was, Leute, ich finde nichts. Barry findet auch nichts. Ich glaube, ich hab schon alles. Oder? Hä? Ich kapiere nichts. Ich habe euch nichts. Und... Hä? Ich kämpfe jetzt mit Barry. Wer will, dass der wegfliegt? So. Back mit dir. So. Und Leute, das Video ist jetzt vorbei. Schaut gern bei meinem Shop vorbei. Und eigentlich, ich hab kein Fernsehen. Was ich cooles wollt. Dann... Ladet einfach das herunter. Und ich freu mich, werdet ihr beim nächsten Video wieder mit dabei sein. Tschau. Tschüss. Tschüss. Ja, na. Tschüss. Ich werde damit zusammen einsetzen. 佐 HondMi Und ich wünsch noch mal Schmerz mehr. Tschüss.